Toller Punch und Ergebnis ist dieser Niederschlag. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Schöne Treppe! Gut so! Ich will, dass du ordentlich Gas gibst und Druck machst, ja? Ach, achte auf den richtigen Moment und dann push! So soll's sein! So soll's sein! So soll's sein! So soll's sein! Komm schon, noch 30 Sekunden! Nicht aufgeben, beim nächsten Mal wird's besser! So soll's sein! So soll's sein! Okay, heute geht's um Style! Du musst den richtigen Moment abpassen, wenn du gewinnen willst! In dir steckt so viel Potenzial! Lass es raus! Jawohl! Starke Greifung! So soll's sein! So soll's sein! So soll's sein! Bewegung! Halbe Minute noch! Los, beweg dich! Les, beweg dich! Les, beweg dich! Les, beweg dich! Die Hosea-Whaven! Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Wir arbeiten heute an deinem Timing, okay? Mit gutem Timing kannst du jeden Kampf gewinnen. So will ich das sehen! So will ich das sehen! So geht das! In 30 Sekunden war's! Das kannst du doch taus... So will ich das sehen! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Er konnte zuletzt seinen Titelfall durch Karo gewinnen, also das war natürlich klasse. Das war überzeugend. Voll mit dem Knie zum Kopf, wow. Ja, die linke Papps, das artet in eine wilde Prügelei aus. War ein starker Kick. Miller bringt den rechten Haken, aber vorbei. Voller Kick. Da ist wieder der Klin. Er holt einen schönen Takedown, da stellt er seinem Gegner hier ein Bein und schon fliegt er. Er hat absolut super gemacht, besser geht's doch. Da holt er sich den Takedown, schon früh im Kampf. Herrlich, besser kann es nicht laufen für ihn. Oh, ein toller Kick hier zum Kapper. Oh ja, das hat er klasse gemacht. Und wieder einmal holt er sich den Takedown. Großartig. Ja, das haben wir ja schon so oft von ihm gesehen. Und jetzt geht er in die Fullmout. Er nimmt den Oberkörper hoch. Starke Befreiung aus der Fullmout. Schön, wie er hier am Boden die Position wechselt, oder? Ja, das sieht alles sehr flüssig aus. Sehr gute Technik hier von ihm. Curtis Blades muss aufstehen. Da zeigt er sehr schönen Positionswechsel. Ja, sein Grappling hier am Boden ist wirklich sehr gut. Eine exzellente Technik im Bodenkampf. Ja, er wechselt seine Position hier sehr flüssig. Das hat er gut trainiert. Er bewegt sich da gut auf dem Boden. Ja, er bewegt sich da gut auf dem Boden. Und zurück in die Side-Control. Wir sind in der letzten Minute der ersten Runde. Er ist in der Fullmout. Er versucht es mit einer Armbau. Und da ist sein Arm wieder frei. Wie gut ist denn bitte sein Ground-and-Power. Oh Mann, das ist ja wie aus dem Lehrbuch hier. Er löst sich perfekt von seinem Gegner. Er verschafft sich so den Platz, den er braucht, um dieses Pfeffer zu lassen. Ja, wir gehen in die zweite Runde. Da verpasst er ihm hier den nächsten Schlag. Ah, und was für einen. Gut zum Kopf gearbeitet von Miller. Keine Überraschung hier. Er befördert seinen Gegner mit dem Takedown zu Wur. Ja, ist ja bekannt für seine exklusiven Takedown-Attacken. Er kontrolliert seinen Gegner. Schöne Positionswechsel. Das läuft ja alles sehr flüssig ab. Da lässt er seinem Gegner keine Chance zu entkommen. Noch ein Treffer. Und noch ein Treffer. Und noch. Oh, oh, oh. Der Herdbeck bringt ihn in Schwierigkeiten. Was für ein Kniestoss. Ja, schöne, schöne Kombination. Er wechselt hier sehr flüssig die Position am Boden. Man sieht hier seine hervorragende Technik im Boden. Ja, er kommt auch diesmal wieder hoch, aber er hat sich verletzt. Ja, da geht er gezielt auf den Kopf. Gut gemacht. Gute Arbeit von oben in der Kruzifix-Position. Er kontrolliert ihn von der Seite. Oh, schöner Schlag zum Kopf. Stark gemacht von Miller. Starker Punch zum Kopf. So arbeitet man von unten. Oh, was für ein Punch zum Kopf. Er wechselt wieder in die Side-Control. Er setzt zu einem Kimura an. Er schafft es sich zu befreien. Noch 45 Sekunden in dieser Runde. Er nutzt die Side-Control. Schöner Punch. Stark von unten gearbeitet. Guter Einsatz hier im Grounded Pound. Und damit ist die zweite Runde zu Ende. Und damit sind wir in der dritten Runde. Heftiger Kick zum Kopf, den hat er gespürt. Volltreffer. Schöner Längel, oder? Ja, finde ich auch. Wenn er noch mehr davon abgesehen, geht er den Dach-Putterschein gegen auf jeden Fall ausbremsen. Und da richtet er sich auf. Jetzt geht's gleich rum. Der Punch geht direkt zum Kopf. Klasse! Ja, ja, er sieht ziemlich wackelig aus. Aber er kommt wieder hoch. Tolle Kick-Kombination von Miller. Er gibt hier wirklich nicht auf. Das muss jeder einmal sehen wie ein Takedown von ihm. Auf dem Gebiet macht ihm keiner was vor, oder? Das stimmt, ja. Ist einfach super, wenn es um Takedowns geht. Jetzt ist er wieder in der Zeitkontrolle. Oh, oh, schafft er den Kimura? Er befreit sich aus dem Kimura. Schön, wie er sich hier am Boden bewegt. Schön von unten gearbeitet. Was für ein Punch. Toller Sweep. Jetzt ist er in der Maul. Er trifft mit der rechten. Er kommt wieder auf die Beine. Ein schöner Block. Ja, der ist in der Maul. Der Diving Punch-Dom-Kopf. Guter Treffer. Das war wirklich eine gewaltige Linke, mit der er diesen Kampf für sich entschieden hat. Da wollte er den K.O. und er hat ihn sich geholt. Jetzt hören wir Bruce Bacher mit der offiziellen Entscheidung. Er hat die Aufgabe der Titelverteidigung im letzten 5-Klasse bestanden. Gar nicht groß was anbrennen lassen, sondern direkt mit einem K.O.-Siegen. Alles klargemacht. Ja, guter Schlag von Miller. Das sind wir hier. Er wollte den frühen Takedown. Und er holt sich den frühen Takedown. Und sein Gegner hat ihm das ziemlich leicht gemacht. Absolut, da musst du besser aufpassen. Besser verteidigen. Mal sehen, was er jetzt daraus macht. Und ein Punch zum Körper. Da zeigt er eine herrliche Kombination im Bodenkampf. Im Ground and Pound zählt er wirklich zu den Westen der Welt. Das kann ich nur bestätigen. Schön zu sehen, wie er sich hier vom Gegner löst, um sich den Freiraum zu schaffen, den er benötigt. Das, der Kopftreffer, super von unten gearbeitet. Schöne Positionswechsel hier am Boden. Sehr präzise Technik. Ja, das ist echt sehr schön anzusehen hier. Starker Bodenkampf hier von ihm. Schöne Positionswechsel. Ja, da sieht man, wie gut und präzise seine Technik hier ist. Das macht er gut da auf dem Boden. Er rettet sich aus der Fullmau und guter Hüfteinsatz. Schön von unten gegen den Kopf gearbeitet. Er wechselt wieder in die Fullmau. Der Schlag geht voll zum Kopf. Ah ja, wechselnde Auslage. Voll getreibt den Treffer hier. Treffer! Ja, saubrad Kick. Ja, schöner Kick zum Ball. Wow, was für ein Kniestoß zum Körper. Wahnsinn, was für ein Herkick. Ja, schöner Haken zum Kopf, aber daneben. Da sehen wir den nächsten Clinch. Das sieht schon so anstrengend aus. Ja, und das ist es auch. Also hier ständig aufpassen. Schöner Treffer von Miller. Oh, und wieder kommt der Stop-Clinch. Der versucht dann in Kimura anzusetzen. Ja, die erste Runde ist zu Ende. Die zweite Runde beginnt. Ja, hervorragend. Oh, der Kiste kommt vorüber. Unglaublich, wie er seinen Gegner da auf die Bretter geschickt hat. Was für ein K.O. In diesem Treffer kommt es da zu diesem Widerschlag. Hier der Knockdown in einer anderen Einstellung. Und jetzt zu Bruce Buffer mit dem offiziellen Ergebnis. Er ist hier als amtierender Schwergewinst-Champion angetreten. Und er verlässt das Omtaron auch wieder als solcher. Ich sage, herzlichen Glückwunsch. Ja, Glückwunsch auch von mir. Er hat gezeigt, dass er überhaupt nicht beabsichtigt, seinen Titel wieder abzugeben. Ich sage, herzlichen Glückwunsch auch von mir.